Ja auch, aber das ist auch gut. Ich will echt den Bushaltestelle. Den Bushaltestelle. Komm Felix, Bus bauen. Nein, der ist noch nicht da. Hol dir Pferde, Pferde sind immer gut. Die Bushaltestelle sind gar nicht so geil, wie du erwartest. Ernsthaft? Aber die sind besser als La... Ja, direkt am Stall daneben. Das erspart dir schon viel Zeit. Junge, es ist nie Erde. Warum ist es nie Erde? Oh, ich bin dran. So ein Kek, Digga. Oh, Salz ist gut. Äh. Was? Was ist das denn für ein Riesendong? Das ist eine Person. Okay. Hippie oder was? Oh, Jola, was... Äh. Ah. Ich hab... Ihr habt Yoda geschrieben. Was zum... Au. Warte, der zittert. Ich hab zittert. Das ist... Das war das natürlich postapokalyptisches Erlebnis. Oh. Das kann auch kalt gewesen sein. Guck, du wärst ein Rang über dir, hä? Noch? Scheiße, mir zeig ich mal das da. Du kannst das auch buchstabieren. Ja, wir nach oben. Nee. Ähm. Ähm. Also. Oh, Stange wäre gut. Kapital. Oh. Bra. Bra. Sagte. Hm. Lebt. Ich hab keine Ahnung. Tupac oder was? Oder guck. Was Hugo geschrieben hat. Berlin. Hä? Nö, ich... Ich kenn das nicht. Ich schreib da jetzt nix hin. Was ist Berlin überhaupt? Tupac lebt, Alter. Wilken. Hätte nicht. Berlin lebt. Nö. Ich geb mich mit so nem Scheiß nicht ab. Deswegen vers... Ein Tipps Erster. Keine Punkte. Krass. Hugo, wie fühlt sich's an auf dem dritten Platz? Was? I. Bruh. Oh, ich bin Zweiter. Ich screbe. Aber das war... Das war die... Das ist eigentlich schon das Wort. Das, was jetzt zeichnet, hat gar nichts mehr mit zu tun. Ich hab einfach nur Lust dazu. Äh. Hä? Was ist denn? Hä? Was ist denn? Es brennt. Und hier vor ist jetzt so ne... Okay. Haps. Hahahaha. 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 Die Vorhaut brennt. Hahahaha. 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 Ich hab's euch jetzt extra schwer, okay? Okay. 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 Wir haben hier McDonald's, okay? Okay, McDonald's. Yes. Mal sehen, ob ihr's da von da raus findet. Nur von McDonald's. Mal sehen, ob ihr's schafft. Wenn nicht, dann natürlich weiter. Bitte nicht. Bitte nicht. Du Hurensohn. Kick, Felix. Outkick. Was? Warum? Nein, 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 nein. Halt doch auf! Hahahaha. Hahahaha. Das hat er sowas von verdient. Das tut mir leid. Diddy, warum macht er eben neiges? Möchensohn? Haji. So, 3D zeichnen und so. Oh, jetzt fehlen die Kanten natürlich wieder Oh, ich muss Felix vielleicht wieder reinziehen Hi Hallo, also wie kannst du es wagen Also Felix, wie kennst du mich da? Da hört der Spaß auf Also von mir aus Vergewaltigung, ja Massenmord, ja Aber wenn du noch einmal Hier, Meggis mit Burger King verknüpfst Das ist qualitativ ein unglaublicher Unterschied Ja, wie soll man denn auf dieses fucking Wort kommen? Oh, ich war gerade AfK Ja, das zählt nicht, ich war gerade AfK Ja, ich auch Also Dann hat Hugo zum Glück wahrscheinlich deine Schande nicht mitbekommen, Felix Okay, Leute, mal sehen, ob ich es diesmal schaffe Jetzt, danke Okay, jetzt mache ich das richtige Wort daneben Okay, hier sitzen so ein paar Leute Und hier ist so ein Teil Und da ist ein Hammer drauf Was? Ein Hammer Und die Sache ist Es geht nicht darum Und hier ist so der Typ Und der wurde beschuldigt Du warst es Aber Hier Er hat Hilfe Er hat alles gesehen Und es geht um die Person Die alles gesehen hat Digga, das ist so ein Hammer Ich weiß nicht Was ist das so umständlich? Das ist halt echt so Ja, ja Und jetzt Sorry, ich war noch vor meinem Meggis Jetzt ergibt das alles einen Sinn Der Kreis schließt sich Waschbär Oh mein Gott Ich weiß es Kannst nicht schreiben Ja Ich hab keine Ahnung Waschmittel Waschmittel Lass mal alle Robben kicken Digga, was? Du musst Eier noch schnell Irgend Eier Aber es geht Es geht um Um was ganz anderes Was ist das denn für ein Mund Oder ist das die Nase? Ja, ja Wie fühlt sich das an Es nicht zu wissen Eigentlich ist es ja Auf Kaiser vor König Vor allem die Krone Das ist natürlich das übliche Kaiserzeichen Ja Ja, ja Eigentlich schon Hä, der Zepter Tut das Kaiserzeichen Mein Mietzepter Tischlein Deck dich Oh Easy Äh Also als Zeichen des Kaisers Das gilt Der Die Reichsinsignien Okay, ja Eine Krone schon Aber das Zepter Und der Reichsapfel Und die Krone Die ist viel geiler gemacht Als die Wer hat vorhin gezeichnet Als Robin gezeichnet hat Also die Kaiserkrone Die hat schon 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 hart Zeug Jeff, wie weißt du das nicht? Aber auf der einen Seite ist Jane Auf der anderen Seite ist ein Chineser Komm schon Ah, ihr habt Tisch Trennis geschrieben Ja, pass Oh, Jungs Was machst du Was machst du für Markierungen Auf deiner Tischtennisplatte? Jungs, macht euch bereit Erst Kam Brokkoli Dann Kam Das da Scheiße Ja, ich sag's ja, ne? Tja, wie schreibt man die Scheiße? Es ist nicht Dildo Es ist auch nicht Gurke Ja Es ist auch nicht Brokkoli Das ist das Zweitschlimmste Wort Was man schreiben kann Essig Gurke Ich glaub, es haben alle gegoogelt Im Endeffekt Recht, ich nicht Ich wusste es Gurkensohn Ja, jetzt wartet mal auf Robin Der kriegt das ja noch raus Unser Platz 1, ne? Tja Ja, Huchengurke Ja, du warst nah dran Aber kleines U Kleines U Kleines U Esgurke Davor haben die doch schon versucht Zucchini zu schreiben Okay, wir sind wieder bei McDonalds Leute Wir sind wieder bei McDonalds Gelernt Ich sag das Bei McDonalds Okay, ich sag einfach nichts dazu Ich tu einfach nur sowas dazu Zeichnen Bombe? Was ist das? Eine Kugel? Granate? Eine Uhr Ja Ich sag das, manchmal hat mir nicht klug Zeit zu essen Dann nimmt man einfach Und ich sag, ich kann hier auch Müllsäcke hinzeichen, wenn ihr wollt Das sind Müllsäcke jetzt Zeit Müll, keine Ahnung Ja, was hat McDonalds, Müll und Schnell miteinander zu tun? Müll Das ist ein englisches Wort, Leute Ein englisches Wort Ostländische Angestellte Oh, in Englisch Ostländische Angestellte Hä? Ja, Fastfood hab ich schon Junge, wozu ist Müll da? Müll Zum Essen Ah Junge Hab's Leute, Müll Wisst ihr, was Müll auf Englisch heißt? Ja Trash Alter Trashfood Bruh Darkfood Ah, Darkfood Das war ja eine kalte Wo ist Hugo? Das war eine kalte Winterneu Schon wieder McDonalds hat regiert Ja Er hat Er land dazu Ich hab keiner drüber Oh Gott, Alter Das Sieht aus wie eine Zange Da sind jetzt so ganz kleine Körnchen dran Die gönnen wir uns Wir nennen das auch Weed Hä? Und das Nein, nein, das ist der Anfang Und das Landet hier drin Das ist eine Scheune, gell? Nein, das war keine Scheune Huhu, hast du Ich weiß es Ja, ich weiß auch Oh mein Gott Ich hab Ach Gott Ich hab Study Valley gespielt Aber ich dachte jetzt halt echt ein Gras Und das war taktisch durcheinander gebracht Du Arsch Ja, Speicher wär nicht richtig gewesen Oh Du hast Erster? Alter, ich verschlack deine Brüder Ja, du hättest dich Ich hab keine Brüder Nein Scheiße Nein Junge, du hast 100 Punkte mehr bekommen Nur weil du Eine Millisekunde Alter Guckoo, geht das so Pause, Punkte im Rückstand Ich war auch kaum gegen das In der Runde Ich auch Ich war auch kurz bei deiner Schwester Sag ich mal dem FBI-Agenten Sag's einfach Alexa Ja Ja Platz 1 gesaved Huhu Ha Hi Ha Oder auch alternativ Alternativ Gott, wie heißt denn der? Ich hab keine Ahnung Hornbach Respekt, wer das hier einfach macht Pluto, Alter Sag's, Globus Ne, da wär ich nicht drauf gekommen Hättest du da unten so einen Strang dran gemacht, dann wär's wirklich ein Globus gewesen, dann hätt ich's vielleicht erfahren Ja Erfahren Also ist es kein Globus Ich lass den Zufall entscheiden, was ich von Wort nehm Globus ist die Miniaturansicht einer Erde Deine Name ist die Miniaturansicht einer Erde Alexa, was ist dein Globus? Jetzt komm Du hast recht Guck 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 Okay, sorry Nagelneuer Benzer Oh, wait, sorry Er sitzt auf der Stange Oh, ah, ah, ah Oh Was geht's? Ist ein Astronaut raus? Ist ein Astronaut? Warte Ah Ah Hä? 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 Das ist eigentlich ein bisschen schnieker und so, ne? Das sieht eigentlich cooler aus Sorry Oh mein Gott Was? 25? Ach du Scheiße Was ist das denn für ne Alter, was ist das denn für ne Verkehrsbehinderung? Ist das so Ist das so An mir ist einer vorbei 25 fahren Damit wir uns selber zu gefährden Aber es ist eine viel größere Gefährdung Mit 25 im Straßenverkehr zu fahren Als normal Ja, dann lauf ich doch schneller Ein Typ ist bei mir vorbeigefahren Und hat gesagt Ähm Fahr doch schneller Du Hurensohn Du sollst schneller fahren Ja, du kannst schneller fahren Du tust dich nur nicht Und ich so Hä? Äh Was für Spaß True Yes